herzlich willkommen hier bei klö vor mir stehen habe ich den espresso kocher mögen sie auch so gerne eine tasse espresso trinken dann habe ich hier für sie die lösung kennen sie das doch von früher den klassischen art ein espresso zu bereiten das geschieht dann auf den herd das brauchen sie jetzt nicht mehr weil klö hat jetzt diesen elektrischen espresso kocher aus edelstahl sie sehen hier den zentral kontakt 360 grad cordless das bedeutet einfaches aufsetzen einfaches abnehmen und sie haben hier auch gesehen eine kabel aufwicklung aber den espresso kochen das geht jetzt kinderleicht ganz simpel lasst uns das mal machen so was machen sie hier haben wir den wasserbehälter den schrauben sie ab und dann haben sie hier zwei einsätze ein einsatz für drei tassen espresso und ein einsatz für sechs tassen espresso so einfüllen mit wasser machen wir mal für drei tassen jetzt ich habe schon mal den einsatz für drei tassen schon mal vorbereitet den machen wir hier drauf und dann schrauben wie den kaffee kann oder den espresso kann wieder drauf was auch noch wichtig ist für ihnen um zu wissen hier haben wir ein optimiertes ventil für ihre sicherheit nur dass sie es wissen so doch mal schrauben und dann haben sie hier zwei feilen und wenn die feilen aufeinander zeigen dann sitzt der gut fest so auf die zentral kontakt und dann einschalten und das schöne ist wenn der espresso gekocht ist dann schaltet er sich auch wieder automatisch aus so klein kompakt platzbarend das bedeutet überall wo sie eine steckdose haben können sie jetzt ihren espresso kochen so nehmen sie diesen espresso kocher auch mit im urlaub sieht schön aus klein kompakt und überall ihren beliebten espresso und wie machen sie denn eigentlich den besten espresso natürlich mit frisch gemalten bohnen und die frisch gemalte bohnen die malen sind natürlich in diesen kaffee mühle so inzwischen kocht hier schon mal den espresso aber ich hatte mich schon mal ein espresso vorbereitet so hopper nun das duftet schon mal herrlich ein espresso lecker ich kann ihnen sagen den club espresso kocher alles andere ist kalte espresso